Dänemark ist ein echtes Gourmetland und voller Delikatessen. Die Schauspielerin Eva Habermann führt Sie durch Dänemark und zeigt Ihnen die schönsten Restaurants und Spots. In einem der Restaurants gibt es das beste Smörbröt in ganz Dänemark. So schmeckt die Welt. So schmeckt Dänemark. Mittwoch um 20.15 Uhr auf Alixe Plus.